Mein Name ist Niall. Ich wollte den Zirkel retten, als ich dem Dämon der Trägheit begegnete. Eure Erfahrungen mit ihm verliefen sicher ähnlich. O'Wayne hat mir sehr geholfen. Das kann ich ihm nie im Leben vergelten. Die Litanei war unsere Waffe gegen die Herrschaft der Blutmagie. Aber es ist zu spät. Alle sind tot. Dieser Ort saugt einem alles ab. Hoffnung, Gefühle, das Leben. Nein, es gibt keinen Weg hier raus. Man denkt, es müsste einen geben. Aber das ist ein Irrtum. Seht ihr dieses Podest? Ich habe die Runen darauf studiert. Sie stehen für verschiedene Inseln im Reich des Dämons der Trägheit. Der Dämon der Trägheit selbst ist auf der Mittelinsel. Aber man kann sie nicht erreichen. Die fünf Inseln um das Zentrum herum bilden eine Art Schutzkreis. Als mir das klar geworden ist, dachte ich, ich hätte etwas erreicht. Ich habe nacheinander jede der Inseln besucht. Und am Ende waren all meine Hoffnungen zerstört. Immer gibt es ein Hindernis. Ihr seht den Pfad, könnt aber nicht zu ihm gelangen. Ihr fühlt euch verhöhnt und werdet wütend. Ich, ich weiß es nicht. Es gibt viele Träumer. Ihr könntet einen Weg finden, sie über die Inseln zu erreichen. Wenn ihr Glück habt. Nicht viel. Wir sind nicht gerade Freunde. Dämonen haben eigene Hierarchien. Sie spielen ihr Spiel und die Sterblichen sind darin Pfänder oder sogar Verhandlungsgegenstände. Dem Dämon, der uns hier festhält, gehört vermutlich dieser ganze Abschnitt des Nichts. Er wird uns nicht einfach gehen lassen. Wenn überhaupt. Euch beeindruckt wohl gar nichts. Soll ich euch dafür bewundern oder bemitleiden? Lasst euch nicht aufhalten. Danke, aber für mich ist es zu spät. Tötet Jevina, die Dämonen, die hier herrscht. Sie schützt ihren Meister, den Dämon der Trägheit. Dort ist eine Tür. Eine Tür, die nur Dämonen sehen können. Der Schlüssel muss in einem anderen Reich sein. Nehmt meine Kraft, rettet diejenigen, die ebenfalls in Albträumen gefangen sind. Tötet die Dämonen, die den Dämon der Trägheit beschützen. Tut es für... Der Schlüssel muss in einem anderen Reich sein. Der Schlüssel muss in eine Ertl crabher. Und das ist eine Dämonen. Dann im Dämonen muss in einem anderen Reich sein. Lämonen ist ein Knife. Der Schlüssel muss in einem anderen Reich sein. Soll ich sie nicht veröffentlichen? Also, ich bin ein paar Mal. Ich bin ein paar Mal. Die Dämonen kann ohne Räumen ist die Dämonen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Es ist gut, das sofort zu erledigen. Irgendetwas ist geschehen, nicht wahr? Ihr seht ein wenig verändert aus. Was ist... Wirklich? Hat euch das weitergeholfen? Ich weiß, dass ich diese kleinen Löcher gesehen habe. Wart ihr klein genug, um dorthin durchzuschlüpfen? Ihr seid viel mutiger als ich. Ich war mir so sicher, dass es unmöglich ist, irgendwo hinzukommen. Denkt ihr, ihr könntet lernen, andere Formen anzunehmen? Vielleicht könnte euch das helfen, an Orte zu kommen, die ansonsten unerreichbar wären. Das ist eine große Schöpfer. Denn die Konstelle ist sehr schön. Wie lange war es nicht? Ich war es nicht. Aber ich kann hier zum Beispiel aufhören. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Da war es nicht. Ich war es nicht. Aufhören nicht. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.